Die Oneness-Methode oder auf Englisch Ride With Your Mind nach Mary Oneness befasst sich detailliert mit dem Reitersitz und der Einwirkung des Reiters auf das Pferd. Dabei wird besonderer Wert auf die Verständigung zwischen Reiter und Ausbilder und die Körperwahrnehmung des Reiters gelegt, damit dieser die Anweisungen des Ausbilders nicht nur richtig verstehen, sondern auch besser umsetzen kann. Elaine Butler ist seit vielen Jahren zertifizierte Trainerin nach der Oneness-Methode und demonstriert in diesem Video, wie sich selbst kleine Sitzveränderungen sofort auf die Haltung und Bewegung des Pferdes auswirken. Beim Absitzen sieht man, dass die Sitzbeinhöcker gegen den Hinterzwiesel drücken und auch wieder die Hinterhand vom Pferd nicht mitnehmen können. Das Pferd wird dann auch zu wenig aktiv in der Hinterhand und muss sich mit der Vorhand bemühen, vorwärts zu kommen. Okay, wieder richtig machen bitte. Hier sieht man, das Pferd ist sofort bereit, die Hinterhand wieder unter den Schwerpunkt zu bringen und schwingt über den Rücken. Okay, jetzt ist das Pferd! Vielen Dank.